Hm, Stabart wegschicken, warte hier. Ich habe keine Verwendung mehr für dich, ich habe drei Arten, die in Wechsel schicken. Aber ich kann ihm nicht sagen, dass ich sein Amulett habe. Oder wie ich es am besten benutze. Egal, Gregorius, du wirst uns erstmal begleiten. Und möglichst... Oder ich sperre dich ein. Ach, geht nicht. Ah ja, gut. Wird das hell? Bild ich mir das nur ein, oder? Es war hier auch mal viel dunkler, habe ich das? Ach, na sieh mal einer an. Was man nicht alles vergisst. Es hat immer mal seinen Sinn, durch die Lande zu streifen und zu gucken, ob man nicht doch was liegen gelassen hat. Immerhin waren wir ja auch sehr zügig hier auf dem Weg hoch. Ich wollte unbedingt das Amulett der Erde und hatte nicht unbedingt so viele Gigabyte Speicher auf meiner Festplatte, als dass ich noch 30 Stunden weiterspielen könnte, was übrigens auch jetzt nicht der Fall ist. Es könnte sein, dass zwischendurch der Speicher vollläuft und ich auf meiner externen Festplatte wechseln muss. Wo ich dann neben meinen 1,5 Terabyte, die ja offensichtlich schon durch Wissen 2 belegt sind, dann nochmal 500 Gigabyte belegen kann. Ja, ich bin... Wobei wird es ein weiteres geben, womit ich danach schaufel. Der Schauplatz des Versprechens. Hier haben wir damals mit Patty, die da ziemlich nutzlos war, zwei Gorillas platt gemacht. Und dann haben wir hier noch den Strand, wo wir gegen Versunkene gekämpft haben und nicht zuletzt den linken Stiefel gefunden haben. Ob es hier noch weitere Gegner gibt, die wir zufälligerweise übersehen haben? Ich muss aber sagen, ich habe gerade 25, 23 Frames, aber zwischendurch habe ich dafür Frame-Abrüche, die relativ untypisch sind. Ich weiß nicht genau, ob ich irgendwas anders gemacht habe. Kann ich ja mal gerade gucken. Optionen, Video, nein, kann ich nicht sagen. Optionen, Grafik, nö, war die zweitmeiste. Ist alles soweit eigentlich genauso, wie ich es vorher hatte. Aber es gibt trotzdem einen leichten Unterschied, der teilweise gut und dann auch wieder schlecht ist. Oder ich bemerke es einfach noch mehr. Ja, doch, hier oben waren wir. Tja, Steubertchen, es sieht so aus, als hätten wir doch alles von... Äh, keinen Grund abzuheben. Alles von der Insel erkundet. Was sagst du dazu? Bestimmt gar nichts. Wenn ich ihn anspreche, kann ich ihn wieder auf drei erdenkliche Arten wegschicken. Und ansonsten... Hey, damit schlägt man doch nicht. Yesa! Yesa! Yep! Du stehst mir nicht mehr im Weg rum! Dich werde ich lehren! Yesa! Ja! Friss! Yes! Ja! Ja! Jetzt hör schon auf! Ach, nutzlos wie immer. Jetzt kommst du, nachdem er tot ist. Und eine Arx. Nicht so, dass wir das nicht alleine schaffen würden, aber... Ich hätte deutlich weniger Damage kassiert. Arrg! Okay, Frame-Anbrüche sind tatsächlich an der Tagesordnung in der heutigen Aufnahme-Session. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich hochlade. Du, zusätzliche Belastung meines PCs. Das mache ich sonst ja nicht. Jedenfalls nicht immer. Manchmal schon. Trotzdem. Dass ich manchmal mehr Frames habe jetzt, ist verwunderlich. Ich wandle nicht zwischen 20 und 18. Es kommen auch teilweise 24 und so. Wo? Wo? Ach, nur der eine. Stabart macht was! Und er macht tatsächlich schon! Yes! Hahaha! Tja. Das sind sie halt, die Versunkenen. Und du bist ja theoretisch auch fast versunken gewesen. Dein Schiff jedenfalls. Irgendwo im Grunde des Märgeres von Takarigua. Nein. Scheiße. An der Schwertküste dümpelt es gerade vor sich hin. So schön, dass er auch ist. Aber ich glaube, die Fische hier sind ein bisschen glitchy. Und wieder zu der einen Höhle, wo wir schon zweimal drin waren. Und wo es definitiv nichts Neues geben wird. Trotzdem mal kurz... Ach! Gerade wird ein automatischer Speicherstand erstellt, der speicher ich mit einem Schnellspeicherstand. Ist aber auch egal. Auf diesem Weg kommen wir nämlich auch wieder zurück zur Stadt. Ich kann auch gucken, ob ich Erzadern irgendwie übersehen habe. Aber nein, dem ist nicht so. Dann können wir ja langsam zurück. Wo genau müssen wir denn dann... Oh! Guck mal einer an! Es gibt noch Truhen, die wir nicht geöffnet haben. Oder öffnen konnten. Und ich weiß eine Truhe, die uns vielleicht helfen kann. Dafür muss ich dann auch wieder zur Schwertküste. Okay. Die zwei als letztes. Die reagieren nicht miteinander. Die aber. Aha. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Jetzt hab ich's. So. Trank der Überzeugung mit Silberzunge plus 13 für 30 Sekunden. Sowas kann man auch mal gebrauchen. Ach, dazu sechs Kugeln und zwei Goldbrocken. Solche Tränke kann ich ja gerne mal einnehmen, wenn ich irgendwelche Gespräche hab. Wo ich Silberzunge brauche, die ich nicht habe. Und guck mal da, eine Erzader, die wir übersehen haben. Als hätte ich's nicht eben schon gesagt. Total vorausbeschworen. Yes! Ja! Und fünf Goldbrocken mehr. Auf unserem Konto. Stabat, du folgst uns auch gut. Uhuhu. Antigua wird einen Geist sehen. Geist, die weist, die weist, die weist, die weist. Ah! Hier ist doch dein toter Mann. Murray? Nein. Ne, siehe. Weißt du was darüber, wenn wir gerade hier sind? Hast du keine Gesprächsoptionen dafür? Weißt du was? Ich hab gerade keine Verwendung für dich. Wenn du willst, verschwinde ich ins Reich der Toten. Du kannst mich jederzeit widerrufen. Ha. Okay. Kehre zurück ins Reich der Toten. Ei, Käpt'n. Wupp. Das war ne Blähung, Sondersgleichen. Jetzt weiß er plötzlich, dass er tot ist. Aha. Und er erkennt mich als seinen Käpt'n an. Das ist mal ne Wendung. Gregorius, Gregorius. Das hätte ich dir ja gar nicht zugetraut. Okay, sie... Ein Moment. Ich kann dich da jetzt nicht reinlassen. Geh mir aus dem Weg. Oder du wirst es bereuen. Hier drin ist Slay, deswegen. Ich mach kurz nen Aufnahmestopp, weil meine Stimmaufnahme wegen der ganzen Legs und Schnitzer asynchron werden wird, glaube ich. Wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Ich bin mir aber nicht sicher, was ich gegen die Legs tun soll. Im Moment ist mein Computer wohl ein bisschen überlastet. Notfalls muss ich das Hochladen abbrechen. Nachher gibt's schon wieder Legs, aber da haben wir einen schwarzen Orleander. Wir wollen mal nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Vielleicht klappt das ja noch mit der Aufnahmesession, weil ich habe übelst Lust. Das könnte ich mir glauben. Hm. So, Captain Slayn wollte ich jedenfalls noch nicht sofort. Obwohl, vielleicht ja doch. Aber echt? Wie hat sich das Schloss ausgedacht? Warum kann ich diese Treppen nicht hoch? Und vor allen Dingen, wessen Skelett ist das? Fragen über Fragen und keine Antwort. Was soll denn das werden? Mein Gehirn ist total überlastet. Ah, in jedem Fall. Sind die Wasserschlepper immer noch eifrig am Weg? Wir brauchen sie aber schon längst nicht mehr. Wir haben eine Möglichkeit, die Pistole zurückzugewinnen. Aber auch das würde ich noch gerne hinten dran schieben, weil ich noch nicht so gut in das Spiel bin. Auch wenn's fairer ist. Außerdem mag ich diesen Don Michelangelo da hinten. Ich wiese ihn noch gleich. Ach, Pirat. Nee, das war er nicht. Ach, wir müssen noch den Galgenstrick suchen. Diese Rechnung habe ich noch nicht vergessen. Keine Sorge. Hier, Donahue. Äh? Wenn du nichts dagegen hast, nehme ich mir dein Bett. Ach, der wartet darauf, dass wir ihn zum... Hahaha. Der schläft nicht hier drin, weil er darauf wartet, dass wir ihn herausfordern. Wir haben gerade eine einsichtige Einsicht in unseren Helden bekommen. Da war er ganz schön einsichtig. Ach, und du. Disgrace. Ich hab keine Diebeskunst. Wie viel hab ich? Lass mich mal gucken. Diebeskunst ist 65. Hab ich zufällig? Wenn ich also gleich abspeichere, kann ich ja gleich mal gucken. Einen Trank, der die Diebeskunst vielleicht fördert für ein paar? Oh, Diebeskunst plus 13. Davon hab ich 5 Stück. Wollen wir mal gucken, ob sich die Wirkung addiert. So, abgespeichert haben wir. Für was soll ich die sonst benutzen? Ich weiß es ehrlich gesagt. 90er Thron. Wir gucken erstmal, ob sich die Wirkung addiert. Diebeskunst. Nein, tut sie nicht. Damit ist das Vorhaben auch gleich gescheitert, weil ich somit 2 Diebeskunst zu wenig habe und den Trank verbrauchen würde, ohne dass er sinnvoll genutzt werden könnte. Außerdem könnte ich so die Truhe nicht knacken. Ich bräuchte also noch was, was meine Diebeskunst erhöht. Oder muss sie von Grund aus so erhöhen, dass sie dann den Wert über 90 übersteigen kann. Ein Vorhaben, dessen wir uns erfolgreich widmen werden. Glaubt mir, Leute. Denn ich habe noch Ruhm zu verteilen. Fällt mir da mal so gerade ein. Und zwar, ihr müsst entschuldigen, ich war eben vor ein paar Stunden bei McDonalds und deswegen... Ui, war es schon immer so hell hier? Warum gibt es draußen ein Feuer? Warum ist da draußen ein Feuerwerk bei mir? Hier vom Fenster, das ist ja... Okay. Inventar, nein. Hier. Ihr seht, wir haben 4... Was? Das waren doch 12.000, als ich das letzte Mal geguckt habe. What the? 4.055 Ruhm. Worauf verteilen wir die? Klingen brauchen 8.000. Feuerwerfen 4.000. Hm. 8.000, 6.000. Gerissenheit. Gibt uns Diebestalent. Machen wir auf jeden Fall. Dann hätten wir 6.000. Für Wodo oder für Klingen? 10.000 für Diebeskunst. Klingen. Als nächstes sollte ich auf Klingen gehen, das sollte ich aber sparen. Jedenfalls hat sich unser Diebestalent jetzt insgesamt erhöht. Auf 70 und 72 bei Silberzunge. Und wenn wir jetzt den Trank nehmen, mit 13 hätten wir 83 und könnten diese Dame bestehlen. Aber ob sich das lohnt, ist ja auch so eine Sache. Jedenfalls steht dieser Donovan-Franzose da. Hier, die ganze Zeit. Deswegen geht er nicht schlafen. Donovan. Also doch. Donahue, Donovan. Don van Gogh. Irgendwie sowas habe ich mir doch gedacht. Und wo ist dieser vermaledeite Galgenstrick? Ich habe nicht um das Lagerhaus geguckt. Das ist eine Tatsache. Aber ich glaube nicht, dass es hier drumherum sein wird. Er wird schon in dem Lagerhaus sein. Oder weiß der Lagermeister selbst was? Wo ist er denn? Was du es? Nein. Nein. Zack nicht. Klar nicht. Lex. Lex, 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 Lex. Du bist auch noch ein Pirat. Ich habe genug eigene Sorgen. Ist mir egal. Ich habe auch meine. War es hier schon immer so hell in dem Spiel? Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern. Aber ich finde es gut, dass es so hell ist. Das gibt dem Ganzen eine freundlichere Atmosphäre. Und macht es auf YouTube leichter zu sehen. Habe ich irgendwas daran gedreht? Optionen, Video-Settings. V-Sync. Der war aber auch nie an. Keine Ahnung. Ich selbst habe nichts geändert. Galgenstrick. Galgenstrick. Sie sind immer dort, wo sie beschrieben werden. Es ist noch nicht vorgekommen, dass es irgendwo einen Händler gab, der dann sagt, ich habe den Galgenstrick dort gefunden und habe ihn an mich genommen. Und deswegen ist er jetzt plötzlich ganz woanders. Nein, das ist nicht vorgekommen. Wenn ich da runtergehe. Hier oben haben wir auch nichts. Hier oben auch nicht. Ah. Auf den Kisten bin ich ja fleißig am Suchen. Auch wenn ich da nicht hochspringe, heißt das nicht, dass mein Auge nicht drüber wandert. Da könnt ihr euch sicher sein. Mein Auge ist aber alles andere als allsehen, wie es scheint. Weil wenn er hier ist, habe ich ihn deutlich übersehen. Mehrmals. Und. Das ist nur der übliche Korb. Den habe ich schon 30 Mal inspiziert. Der sieht immer wieder vielversprechend aus. Ich verstehe es nicht. Wo ist der Galgenstrick? Wenn das so weitergeht, brauche ich ihn noch. Schande. Aber das kann ich gar nicht. Da muss ich ihn doch erstmal finden. Ich hätte es besser wissen müssen. Was denn? Nein, das. Verstehe ich nicht. War nur ein Loch im Dach. Leere Kiste. Ist ja super. Leere Kiste. Gar nichts. Darum drauf auch nicht unbedingt. Es gibt hier auch keinen Telekinese-Zauber. Wie in Risen 1. Um ihn hier von oben hochzuholen. Unter dem Boot ist auch nichts. Und jetzt. Also. Risen 2 Spieleentwickler. Programmierer. Wo ist der Galgenstrick? Dieser Galgenstrick. Der hier. In einem Lagerhaus. Auf Antigua. Ich kann ihn mir super markieren. Das bringt aber ganz genau gar nichts. Weil mir diese Gegenstände so als solche nicht angezeigt werden. Was mache ich also? Lagerhaus. Einem Lagerhaus. Antigua. Ich gucke jetzt einfach mal nicht nur in ein Lagerhaus. Sondern in alle Orte. Wo ich eigentlich noch. Gar nicht noch irgendwas gesucht habe. Sei es jetzt eine Fischerhütte. Oder ein Leuchtturm. Ist mir jetzt auch egal. Ich bin verzweifelt. Und ich will dieses Item. Der Mutige. Ist ja super. Haben wir das Item überhaupt? Ich weiß es nicht mal. Also eins ist klar. Hier finde ich keinen Gangstrick. Das war schon das Lagerhaus hier. Hast du irgendwas zu sagen? Gut, dass es noch Typen wie dich gibt. Ja. Sonst wärt ihr alle schon längst tot. Das ist die bittere Wahrheit, die niemand auszusprechen wagt. Tut mir leid. Oder auch nicht. Galgenstrick. Ich bin müde, mein junger Freund. Lass mich etwas ausruhen. Ich kann dich ja niederschlagen. Mal sehen, wie du dann ausruhen wirst. Nein, ich mag Meg. Ich habe wirklich nichts gegen den. Ach. Jetzt kommt er wieder runter. Ich höre ihn doch schon. Aber ich habe trotzdem Zeit, mich umzusehen. Er hat nämlich Wegfindungsschwierigkeiten, so wie es sich anhört. Aber es kann doch nicht. Hey, ich bin hier nie runtergelaufen. Der Goldklee ist ein Beweis. Geht es hier nicht? Wo bin ich? Doch dort geht es zur Höhle. Und zu welcher? Das ist doch nicht die, in der ich eben drinne war. Aber ich war hier. Doch, das ist die. Eben jene Höhle. Na, so ein Zufall. Was für Lagerhäuser kann ich übersehen haben? Ich bin gerade wirklich am überlegen. Da steht doch wirklich sicher Antigua. Wo ist der Lagerwächter? Ich kann ihn nicht unbedingt auf diese Mission ansprechen. Das mag vielleicht sein, aber ich will es nicht unversucht lassen. Ach. Na, das ist ja lustig. Eine ausgebrannte Fackel von mir. Dass die noch erhalten bleiben. Damit bin ich ein ewiger Umweltverschmutzer. Na, super. Ach, hilft mir aber alles nicht. Ich muss nämlich eine Umweltverschmutzung beseitigen. Nämlich einen hingeworfenen Galgen. Der allerdings viele Sachen für mich bringt. Am nächsten will ich den Donovan erschießen. Das Frost. Ist das nicht alles, Leute von Slick? Oh, der Lagermeister. Ich habe ihn nicht einmal gesehen, seit wir hier sind. Hey, sag mal, hast du vielleicht Rick gesehen? Genau, den suche ich doch. Den Lagermeister Rick. Und wo hast du dich gerade draufgesetzt? Ist ja ein Zufall. Ist der etwa verschwunden? Was ist denn mit Rick? Er ist vor einiger Zeit hier vorbeigelaufen und hat was von Schätzen gefaselt. Oh. Ich glaube, er wollte in den Dschungel. Ich habe ihn seitdem nicht mehr wiedergesehen. Er kann doch gar nicht richtig kämpfen. Ich mache mir echt Sorgen. Ich Idiot, habe ihn doch weggeschickt. Hast du eine Ahnung, wo Rick sein könnte? Nein, aber frag doch mal Bill. Der steht doch den ganzen Tag am Ausgang. Na, da haben wir auf jeden Fall eine Quest. Ich werde Rick mal suchen. Ich danke dir. Im Dschungel ist es echt gefährlich. Das habe ich total vergessen. Wir haben ihn doch auf eine Todesreise geschickt. Auch wenn wir alle wilde ausgeräuchert haben. Glaube ich nicht, dass er da unbeschadet rauskommt. Verlasse dich auf jemanden und du bist verlassen. So sieht es wohl aus. Bill. Die Bill of Rights. Wir müssen mit dir reden. Hast du noch was? Wilson. Wir machen es. Zeig mir, wie man schmiedet. Das Wichtigste ist die Temperatur. Ist der Stahl zu heiß, wird die Klinge zu weich. Ist er zu kalt, wird sie zu brüchig. Was du sonst noch brauchst, findest du im Bauplan deines Schwertes. Genau. Ja. Ich wollte das einfach lernen. Das war mir sowieso schon ein inniger Wunsch. Und genug Gold haben wir ja. Genau deswegen will ich doch auch nochmal zur Schwertküste. Weil ich glaube, dort ist das zweite Bruchstück eines Schwertes, was ich hier auf Antigua gefunden habe. Bill of Rights. Sag mal, hast du Rick gesehen? Du meinst den dürren Lagermeister? Genau den. Ei. Und wo ist er hin? Ist dem Pfad in den Dschungel gefolgt. Er hatte eine Schaufel dabei und sah ziemlich glücklich aus. Habe ihn vor den Monstern gewarnt, aber er hat nicht gehört. Frag doch mal die Wasserträger am Teich nach ihm. Danke. Das werde ich. Ich habe das Gefühl, wir werden ihn nicht mehr lebend wiedersehen und dass er es nicht zur Grotte geschafft hat. Obwohl wir alles Leben ausgeräuchert haben. Ach. Offenbar nicht gründlich genug, oder er ist respawned. Du hast Rick auf der... Gewissen! Jetzt hör schon auf mit dem Mist! Was? Macht das weiter? Nein, es geht los. Ach. Nein, das ist's die Mission.